ach du magst mich heute nicht doch natürlich mag ich dich kannst mich mal gern haben anschließend habe ich das mit einer lebenskette erlass ne ne passt schon so wo sind die tür ich glaube darum eine andere türen rein habe ich einfach mal so prophylaktisch ja super natürlich andersrum was hast du hier noch ein bett paar regale rein bisschen klein ja soll ja auch nur eine herberge werden ja für mich passt aber den hubi kriegen wir in den raum nicht rein die tür ist so klein hör halt mal auf hier so fett bin ich auch wieder nicht wir wissen es ja nicht ne 77 Kilo bei Größe äh 86 mein Gott du bin sogar eh schwerer du sagst du bist fett schäm dich was denn du ja passt schon passt schon was ist glück ok alles ok oh Gott ne Klaus reicht vollkommen ach ne ne doch 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 hm fenster bis zum bis zum dach bis zur decke oder nicht ja wann willst du die decke machen wie wann ja nach drei lichten oder nach vier lichten hm also ich würde sagen drei reicht ja dann würde ich die fenster so lassen ok so ok dann nennt man das hier da drüben weiß ich noch nicht genau warte mal da so so Alter Markus funktioniert ganz gut hier könntest du bitte mal aufhören dich immer wieder vom Turm äh zu werfen hm ja zumindest wenn wir nicht zugucken ja ja ok das ist eine alter alter die ganze Rüstung schon wieder am Arsch hm der macht das gerne hm hm der gehen sogar so hast du noch schwarzeichenholz neun stück neun stück das reicht nicht da gehe ich noch mal ins lager holen noch äh das habe ich alles kennengelernt hehehe wo ist das bei mir ähm ein bisschen was hat es hergeben oder ja hm hm ok 52 was ein bisschen was wird es werden so mache ich jetzt mal die so brauchen wir noch ein paar Stübchen so 48 ja lassen wir es jetzt mal brauchst du auch noch ich hab nur noch neun stück damit werde ich nicht weit kommen das könnte unter Umständen sein ja so da müssen irgendwie noch Farbakzenten rein definitiv und der Boden hier den müssen wir noch mal tauschen irgendwie Andy whatever vor allem wie willst du denn das Treppenhaus machen da siehst du doch aus Slam Bankum aber auf einer rum nee Jungs was denn bau bau du erst mal bau du erst mal bau du erst mal ja ja so mein Kopf raucht gerade echt ja soll es aufhören damit oh hehehe hehehe doch ich sehe keine Rauchhauten über sein Kopf mhm er lügt ja klar Hilfe dir ist nicht mehr zu helfen solltest du eigentlich eingesehen haben nein oh ok so gegenüber ja einsicht würden bis das ist das was du nicht hast der erste Weg zur Besserung so ja genau das noch austauschen dumm 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 so weißt du jetzt ungefähr was es werden soll ja du hast gesagt eine Herberge mhm so und das was wir da vorne rausgerissen haben das können wir in Prinzip hier wieder einsetzen nein doch ja selbst schuld ich bin wieder garstig gell ja so äh ja können wir das nochmal rausnehmen da ein Fenster raus könnte man machen ne ja mit Sicht aufs Dorf ja genau Sightseeing können wir da hinten machen Dorfmauer und sowas eine Klagemauer hast du gesehen dann baust du hier Jerusalem nach oder was um Gottes willen ja da steht aber die Klagemauer Pff ich klage ich klage über diese Mauer ist auch egal so ach du doch ja mach ich auch ja damit wir hier mal ein bisschen Klingereien rausgehen kann hier das ist ja kein Zustand ja siehste das sind die ersten Anzeichen dass du alt wärst ach ja der ist auch nur neidisch so haben wir hier schwarzeichenholz du Junge Pforo ja also siehste noch mal so jung wär wie du dann ja dann würde ich vieles anders machen im Leben mhm er würde von Anfang an zu viel Mann gehen mhm ooooh 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 ach ne also ooooh weißt du echt jetzt ja oh Gott wow als du noch in den Windeln geschossen geschissen hast ne da hab ich meine erste Brille gekriegt da gab es noch kein viel Mann denn wie war nach Stein oder c Mam alter der nimmt sich was auf ich werde hier gemobbt ja wo ist denn hier der Mobbingbeauftragte auf dem Server mit was wo ist der Mobbingbeauftragte hier auf dem Server ne und ich frage mit was mit recht Reichen zwei? Ja, ich glaube, ich könnte auch noch ein, zwei davor ziehen So, komm mal weg Was hast du denn vor? So, ähm Nein, so Da, da Oh Ja, das sieht gut aus Ja, okay Achso, ich habe die Falltür So Check Ja Dann können wir hier noch so irgendwie ein Regal anfaken mit sowas zum Beispiel Hier vielleicht auch So Was ist denn du da? Er wird sich aber dann besser aus für ein Regal Meinst du? Ja Na, verdammt Wenn wir hier noch einen Zaun reinsetzen Ja, oder so Ja Gut Ja, das können wir jetzt erstmal so lassen Ähm Bubi Andi Wir bräuchten Ne, wir müssen noch eins höher Wir müssen noch eins höher Weil Drei hoch hier in der Halle Das ist nix Und? Was und? Ja, und? Wir brauchen langsam mal das Treppenhaus Äh, so Dann Das freund Dann Wir mussten erzeugt ihm Okay Wir bauen hier mal noch eins oben drauf Was ist noch Material? Äh, ich hab auch Okay Wie komm ich nicht da? Oh ja Hey Check So Das da 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 Ähm Da war eine Glasermunde da Okay Zack Das da Das da So Wie viel Schwarz-Eichenholz ist denn noch? So So Eben Verbrauch Okay Den Letzten Der Ich Auch Wir sind doof Ich Hätt auch Stufen Schwarze Äh, nö Das wird Das Kann ich auch Meiner Ganzen Raus Machen Also hier Sind auch Zwei Die fehlen Und noch Zwei Macht Ihr Ja, hier fehlen Noch einige Dann würde ich sagen, wir müssen mal Schwarz-Eichenholz holen Ja Hier brauchen wir noch ein bisschen was So was nennt sich dann Kameradschaft Ich weiß, ich weiß gar nicht, ob ich hier Bäume gepflanzt habe Doch Ich bin der Meinung, ich habe hier vorhin irgendwo welche gesehen Okay Hier Ihr habt da sogar zugeschaltet, bis du die gepflanzt hast Wo habe ich denn die gepflanzt? Kupfkranz Achso, wenn da dein Server ist und du da Genau, da habe ich Ja, hier Das sind ja mittlerweile über Über 300 noch was folgen Die ich ja hier schon rumtouren Achja Da, schau an Schwarzeichenholzbäume Schwarzeichen So Mit Ponzeladensternchen drumrum Schön Ja, dann reißen wir die ganzen Bäume hier wieder ab Außer dir, Katzen Ich wollte wegfliegen, toll Kommt, ein Mini-Zombie und ich will wegfliegen Ja, toll Ich habe bloß mein Jetpack nicht an Kling Ja Okay Oder so ein Skelett Hallo Nein Oh Das hat eine Bumbe gemacht Ja, hat es mal wieder Bumbe gemacht Super Mann, immer diese scheiß Creeper Dann geht es vielleicht auch schneller So Ach je Brauchen wir sonst noch irgendwelches Holz, Eiche oder sowas? Ich glaube schon, gell? Ich habe da nur Schwarz Eiche Also da muss ich ja jetzt mal fragen Über 300 Folgen Und du hast doch keine vernünftige Baumfarbe oder was? Ne Wie willst du denn? Naja, dann weißt du ja wenigstens schon mal, wie ich noch ein paar Folgen vollkriege Ja, bestimmt Vollkriege ich noch vieles Vor allem mein Inventar Und wenn ich mir das hier schon wieder angucke So, warte Hier Apfel erstmal weg Super Verdoppeln Au Ey Gehen wir zu den Almen, aber ich soll ja Was tut die jetzt weg? Sag mal, kloppt ihr euch jetzt um den Baum oder was? Hä? Äh, wir klopfen uns nicht um den Baum, wir klopfen den Baum Äh, nach Möglichkeit auch die Setzlinge einsammeln, bitte Wenn die mal ohne kämen Ja, bei dem Schwarz Eiche ist es wirklich ein bisschen geduldsam Ja, wie ich den gefällt Hier ist immer so dunkel, ich sehe Dann mach die Augen auf Warum ist das hier eigentlich immer so dunkel? Ich weiß es nicht So, meinen Baum habe ich schon wieder nachgepflanzt Jetzt passt das doch wieder auf So Ah, ihr lässt einfach die Loks hier rumliegen Eieiei, schämt euch Cool Ich würde ja gerne nur einen Schwarz Eichenbaum pflanzen, aber ich habe noch zwei gekriegt Äh Andi, das geht nicht, du brauchst immer vier, ne? Ist dir schon klar, oder? Hä? Du brauchst vier von diesen Setzlingen Ja Ja, weil da vorne bloß einer stand Und? Da kann man nur drei dazu pflanzen So Vergisst du doch sowieso, oder willst du messen? Ja, vermutlich So Ja Ist da noch irgendwas runtergefallen? Ich glaube nicht, ne? Nö Sieht auch nicht so aus Dann auch Ja Ja Ja